Ach, das ist das N. Warte, das müsste dann so aussehen. Jetzt brauchen wir noch das Y. Können wir da alles mögliche nehmen oder irgendwie müssen wir doch ein Y formen können? Also wenn das hier mit den Dingern ist, äh... Alter Verwalter. Das ist aber mal ein bisschen fuchsig, oder? Ja, ich meine, hier das Richtige zu finden, das wird, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Ich bin mir gar nicht sicher, äh, ah, oh. Ja, hm, okay. Äh, lalalala. Habe ich was gesagt? Ich glaube nicht. Warte mal, so vielleicht? Nee, probieren wir es mal mit dem anderen Baum. Ah, hier könnte es auch noch gehen. Das ist nicht gerade genug. Was ist mit dem Stab da? Aha. Das ist natürlich, äh, dann macht's das einfach. Pfff. Also, das mit den Rätseln finde ich ganz witzig. Ja, open the door. Wenn... Ah. Wenn sie zu meinem Land kamen, ich wusste genug von ihren Sprachen, um zu bedanken, und sie haben mich als eine Schlauhe. Ich wünsche mir, dass sie mich als die anderen schlauern haben. Ich habe ihre Sturm von Feuer, Tod und Schlauhe zu vielen Lachen. Sie will weiter gegen Ankämpfen. Finde ich gut. Also ich glaube die ganze Zeit, also diese männliche Stimme ist der Druth. Ich weiß nicht, was die anderen Stimmen sind. Sie scheint, dieser Dillian, redet der auch mit mir? Das haben wir glaube ich noch nicht gehört, ne? Der redet einfach nur so mit ihr. So, haben wir hier irgendwo einen Stein? Das sieht nicht so aus. Das sieht so aus, als ob es nicht weitergeht. Also ich finde diesen Settingwechsel teilweise extrem geil. Von Frühling in den Winter oder in die Berge, wie man es nimmt. Aber die Vegetation sieht hier schon nicht mehr so schön grün aus, wie da vorne vorm Tor. Und wir haben ein weiteres Tor. Und auch eine weitere Arena, denke ich. Damit habe ich gerechnet, mein Freund. Das stirbt endlich. Oh, oh. Oh. Noch viel schneller. Oh, oh. Oh, zwei, geil. Ey. Alter. Aber euch geht's auch noch gut, ne? Einer reicht doch. Oh, ja, ja, ja. Ja, ist ja gut. Es ist schwieriger, als... ...was aussieht. Sieht so leicht aus bei ihr. Ja, also zwei sind schon mal eine andere Geschichte. So, warte mal. Wir kommen von dort. Ich soll da irgendwas machen. Das will ich aber nicht, wenn ich noch nicht hier war. Sacrifice Stone, ja, hier soll ich irgendwas machen. Hier ist aber auch keiner der weiteren Steine. Gehen wir erstmal kurz das Tor fokussieren. Weiß nicht, ob das noch einen Effekt hat. Wenn du ein Feuergarten von Surt sehen möchtest, weißt, dass nur ein Sacrifice wird die Feuer der Muspel und die Todes durchlaufen lassen. Find das Feuer, Senua, um den Weg zu Surt. Okay. Jetzt fokussen wir mal das hier oben. Das sollten wir nämlich machen eben. Schauen mal. Was stand da neben mir? Das sind... Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering. You cannot overcome... Also du kannst deine... Dein Leiden nicht loswerden, indem du es überblickst. Will er mir damit sagen, dass ich mich umschauen soll? Also, oder meine Ängsten stellen soll? Also nicht rennen, sondern einfach... Why? Why would he do that? The Beyer? Surt. Surt is through there. He's waiting. You can't get through. How will she get through? She'll need to find another way. Druth. Surt. Find your own power. There's always another way. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. The Beyer is waiting for you. It was never meant to be that easy. He's waiting. He's waiting. He's waiting for you. Sie sagen mir die ganze Zeit, finde deinen eigenen Weg. Es wird nicht einfach. Keiner hat gesagt, dass es einfach wird. Ja. Bisschen am Feuer wärmen. Ah. Guck ihm mal da. Ah. R scheint der Nächste. Also gut. Dann ist klar. Wir befinden uns jetzt ja bei Jurt. Und äh. Ich denke, das steht da auch. Also sprich, dass... Wir sind... Also eigentlich wäre gedacht, dass der Gott der Illusionen zuerst gemacht wird. Wir haben anscheinend den zweiten zuerst gemacht. Und insofern haben wir jetzt schon eine von den Folgen übersprungen. Und sind hier im zweiten Ding. Nein, okay. Komm schon mal. Das ist das. Die Norden sagen, dass der Defender des Muspel ist, der Surt, der Vorbereitung des Fire-Giants. Sein Name bedeutet »The Black One«, denn er ist wie ein bisschen burnt. Die Norden glauben, dass er auf der Borde des Muspel sitzt mit seinem Flaming-Sword. Und auf den Ende des Welt, er wird seine Posten verlassen. Er wird nach Asgard und Midgard, wager gegen alle die Gods. Er wird victorious. Und dann wird der ganze Welt mit Feuer. Ist ja ein hehres Ziel, ne? Da unten hat man noch so eine Burntür. Jetzt brauchen wir nochmal gleich so ein Altar, bin ich mir ziemlich sicher. Die reden die ganze Zeit von Feueropfern. Ich hoffe, ich gebe da jetzt nichts von mir irgendwie. Sie muss sich den Weg merken, sie muss sich den Weg merken, weil wenn sie zurückrennt, wird alles brennen. Alles klar. Das Problem ist, ich würde mich hier gerne umschauen. Das scheint ja da vorne der Altar zu sein. Aber die eigentliche Frage ist, ist hier noch irgendwo... Guck mal, da geht's nämlich auch hoch. Ich würde gerne gucken, ob hier noch irgendwo ein Stein versteckt ist. Ja, zum Beispiel da. Nein. Ja, ich würde da. Aber Odin sucht immer Wunderschön und Magik, hofft, hofft, um einen Weg zu finden, um diesen dunklen Tag zu verhindern. Hm. Sondern schon die gute Seite der Bragage. Ah ja, hm, na dann. So, äh, ich touch den noch nicht an. Ich geh einmal kurz hier rum. Ja, sehr sexy. Alles am Brennen. So, ich geh mal davon aus, dass ich hier runterjumpen kann. Hoffe ich jedenfalls. Ansonsten müssen wir den ganzen Weg zurückgehen. Und dann ist es eigentlich nur geradeaus. Insofern, äh, wir werden das gleich mal probieren. Und ich glaube nicht, dass man den ganzen, dass man den ganzen kompletten Weg wieder zurückrennen muss. Das, äh, glaub ich nicht. So. Burn, baby, burn. Run, run, run. Ja, das funktioniert. Aua. What the fuck? Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy. All of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own, like I find mine. My god has abandoned me. I am alone. Hm. Das Problem ist, ich, äh... Frage mich, wie, wie... Was davon real ist? Was davon einfach nur in ihrem Geist ist? Was davon... Wie das RL wäre, wenn man das ganze RL mäßig mitkriegt? Ähm, hier... Natürlich haben wir hier ein weiteres Feuergate und... Auch einen großen Platz wieder. Find the fire, Senua. To follow the path to Surt. Ja, ja, ich weiß. Ähm, das könnte... Vielleicht hier gibt's auch noch einen Stein. Ich will mich mal... Da vorne haben wir auf jeden Fall noch ein dickes Tor mit Runen. Da müssen wir wieder Runen suchen. Das ist cool. Aber ich geh mal davon aus, wir kriegen hier gleich einen Kampf, oder? Das sieht so kämpfig aus. Eine Schmiede. Und alles wirklich hier menschenleer, bis auf diese komischen Dämonenviecher. Jedenfalls sehen die so ein bisschen da noch aus. Ihn hat's gerissen. Aber was für ein unheimlich schräges und geniales Game bisher. Einfach nur... Ähm... Einnehmend. Interessant. Das ist wichtig. Ja, ich bin so ein bisschen gerade überfragt, was das... Ich denke, ich geh schon richtig zum Stein, aber ich weiß gar nicht, ob ich da schon hin will. Wohl, hier wären wir wieder am Ende der Geschichte. Warum kann ich da oben lang? Das ist jetzt mal so eine andere Frage. Äh, okay. Die Norden sagen, dass in Ragnarok, die Sons of Muspel will travel to battle in the ship called Nagelfar, the Corpse Ship. Und wenn die Sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open. Und Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him. Und fires will burn behind him. Ja, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, glaube ich. Mit dem Surt, der scheint ja... Ist das unser erster Endgegner? Müssen wir auch, äh... Ich denke, wir müssen uns auch mit, ähm... Ähm... Den... Wir sollen das... Das Blut des Gottes, äh... Spillen, also, ähm... Verteilen, wie auch immer. Verspritzen. So, mir fehlt aber noch ein Stein. Äh... Ja, gut, machen wir erstmal die Tür auf. X und R. Hell... Höhen? Die Norden von Hellen hrschulleht die Gewerrschätten die Verzweileren. Die God nuovo inables Ganzendes Läuft. Ich komme aus der Eren, Senua. Where I once followed my own gods, the Tuatha de Danah. Warum hast du geheimd deinen? Senua. Ich war ein Mann von Wissen, nicht ein Wurziger. Um zu überleben, habe ich Dinge gemacht. Schade Dinge. Danke, Sinua. Ein Mann, der ich damals war, hat sich sterben. Und wenn das passiert, sogar die Gottes, die du wehrst, können mit dir sterben. Das sieht echt so aus, als könnte das das sein, aber... Ich habe den hier auch. Nur das Problem ist... Das passt ja nicht von der Größe her. Da muss ich mich dann irgendwie anders hinstellen. Vielleicht so rum. Oder es ist nicht das, was ich denke, dass es ist. Aber das sieht so passend aus. Vielleicht müssen wir wirklich weiter zurück oder so. Aber es geht auch nicht weit genug auseinander, das X. Interesting. Danke schön. Verdammt, ey. Wo ist das dämliche X? Äh... Hä? Äh... Äh...